Wie lernen wir Menschen? Diese Frage beschäftigt uns wohl schon seit Anbeginn der Menschheit. Die gute Nachricht, frei nach dem österreichischen Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, könnte lauten, man kann nicht nicht lernen. Was Watzlawick über die Kommunikation gesagt hat, stimmt demnach auch für das Lernen. Jede neue Erfahrung bedingt eine Weiterentwicklung, bringt neues Wissen sowie neue Denk- und Verhaltensweisen. Wir lernen also ständig, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist. Das gilt insbesondere in einer durch digitale Technik geprägten Kultur. Denn heute können wir über Medien Wissen erlangen, das uns in einer analogen Welt vielleicht schwerer zugänglich wäre. Die schlechte Nachricht allerdings, wo gelehrt, also unterrichtet wird, findet nicht automatisch auch Lernen statt. Um zu verstehen, wie Lernen funktioniert, können lerntheoretische Ansätze hilfreich sein. Lerntheorien geben uns eine Sprache zur Erklärung von Lernprozessen und versuchen, Lernvorgänge psychologisch zu beschreiben. In diesem Video bekommen Sie einen kurzen Überblick über die drei großen Theorien aus der Lernpsychologie, ergänzt um einen neuen Zugang für das Lernen im digitalen Zeitalter. Sie können mit diesem Wissen Ihre eigenen, vielleicht implizit und unbewusst wirkenden Einstellungen zum Lernen erkennen und über Ihre eigenen Erfahrungen als Lernende reflektieren. Das bildet in weiterer Folge eine Grundlage dafür, dass Sie didaktische Entscheidungen für Ihren Unterricht überlegt und reflektiert treffen und mit Ihrem didaktischen Design Lernprozesse bei Ihren Lernenden anregen und begünstigen können. Allerdings ist der Weg von der Lerntheorie zum eigentlichen didaktischen Handeln weit und nicht linear. Deshalb gibt es auch keine EINE richtige Lerntheorie, die ein erfolgreiches Lernangebot ausmacht. Vielmehr muss Lernen und Lernen immer aufeinander sowie auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Daher stelle ich Ihnen am Ende dieses Videos noch ein paar grundlegende Überlegungen für die Gestaltung von didaktischen Szenarien vor. Zuerst aber ein Überblick über die drei dominanten Lerntheorien des 20. Jahrhunderts, die unterschiedliche Sichtweisen auf das Phänomen des Lernens bieten Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. Das Wort Behaviorismus leitet sich vom englischen Wort Behavior, zu Deutsch Verhalten, ab. Das deutet schon auf den Fokus der Lerntheorie hin. Gezeigtes bzw. beobachtbares Verhalten. Seinen Ursprung hat der Behaviorismus in bekannten Tierversuchen Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Bestimmt haben sie schon einmal von den speichelnden pavlovschen Hunden gehört oder von BF Skinners Ratten und Tauben, die gelernt haben, Hebel in einem Käfig zu drücken. Das waren Experimente, die das dem Behaviorismus zugrunde legende Reizreaktionsmodell untermauern. Einfach gesagt funktioniert das so. Auf einen äußeren Reiz aus der Umwelt folgt eine bestimmte Reaktion als Verhalten. Die kognitiven Vorgänge im Gehirn werden dabei nicht beachtet, weshalb man davon spricht, dass das Gehirn als eine Black Box gesehen wird. Im Behaviorismus geht man davon aus, dass Verhalten vor allem durch die Konsequenz oder Reaktion gesteuert wird, die auf ein bestimmtes Verhalten folgt. Lernen wird hier als eine Sonderform des Verhaltens gesehen und somit als eine Art Trainingsvorgang verstanden. Im Unterrichtsalltag kommt vor allem das sogenannte operante Konditionieren zur Anwendung. Ein Beispiel ist der klassische Vokabeltest, der gut ausgefallen ist. Die Lehrerin lobt ihre Schülerinnen und Schüler, was diese wiederum dazu anregt, auch beim nächsten Vokabeltest fleißig zu lernen, um erneutes Lob zu bekommen. Die Konsequenz, das Lob, wirkt hier als positiver Verstärker und konditioniert das Verhalten. Im Behaviorismus besteht die Rolle der Lehrpersonen vorwiegend darin, die positiven oder erwünschten Antworten, Verhaltensweisen der Lernenden durch geeignete Stimuli die Instruktion und kontinuierliche positive Verstärkung zu fördern. Diese Art von Unterricht erfordert im Regelfall viel Wiederholung, Auswendiglernen und externe Motivatoren wie Abstufung und Lob. Das hat in den letzten Jahren zu viel Kritik am Behaviorismus geführt. Allerdings können behavioristische Ansätze vor allem auch beim Lernen mit digitalen Medien zum Lernerfolg führen. Jedoch eignen sie sich nur für bestimmte Lernziele, da es hier vorwiegend um die Wiedergabe korrekter Antworten sowie das Merken und Wiedererkennen von Inhalten geht. Beispiele im digitalen Zeitalter sind elektronisch gestützte Vokabellernprogramme und Mathematiktrainer. Aber auch Lernquizzes wie Kahoot oder Lernkarten-Apps wie Quizlet folgen behavioristischen Ansätzen. Sie setzen auf Lernen durch Verstärkung und festigen den in kleinen Einheiten aufbereiteten Lernstoff durch Wiederholung. Damit lässt sich gut Faktenwissen vermitteln. Wenn Sie also am Ende dieser Lektion ein Multiple-Choice-Quiz zu Lerntheorien absolvieren, liegt diesem Quiz ein behavioristischer Ansatz der Vermittlung zugrunde. Der Kognitivismus sieht Lernen im Gegensatz zum Behaviorismus als internen und aktiven Prozess der Informationsverarbeitung, nicht als eine bloße Reaktion auf die Umwelt. Seine Ursprünge hat der Ansatz in der Technik und Mathematik, insbesondere in der Informationstheorie. Bekannte Vertreter der kognitiven Wende der 1970er Jahre sind die beiden amerikanischen Psychologen Kurt Lewin und Jerome Bruner. Lernen wird, wie bei einem Computer, als Informationsaufnahme, Verarbeitung und Speicherung gesehen. Bei dieser Lerntheorie geht es also in erster Linie um kognitive Prozesse, die man versucht zu verstehen. Beim kognitivistischen Lernen steht demnach nicht das Faktenwissen im Vordergrund, sondern die Frage, mit welchen Fähigkeiten und Methoden Problemstellungen gelöst werden können. Kognitivistisches Lernen kann auch als Lernen durch Einsicht bezeichnet werden. Dazu müssen von der Lehrperson bestimmte Regeln der Informationsaufbereitung beachtet werden. Wichtig ist, gleichsam Aufmerksamkeit zu wecken und Vorwissen zu aktivieren, sowie den Wahrnehmungs- und Speicherungsprozess der Lernenden zu fördern. Im Zentrum steht nicht eine einzelne richtige Lösung. Auf dem Weg zum Lernerfolg dürfen mittels Versuch und Irrtum auch Fehler gemacht werden. Lehrende sind in der Wissensvermittlung für die didaktische Aufbereitung von Problemstellungen zuständig und in weiterer Folge als Tutorinnen für die Begleitung der Lernenden im Lernprozess dar. Lernende auf der anderen Seite nehmen im Gegensatz zum Behaviorismus eine aktive Rolle ein, indem sie Informationen eigenständig aufnehmen und sich unter Anleitung Lösungsstrategien erarbeiten. Die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden ist somit bidirektional. Die Rollen sind aber nicht gleichberechtigt, weil der Lernende nur vorgegebene Wege beschreiten kann. Von gleichberechtigten und ausgewogenen Rollen der Lernenden und Lehrenden kann man erst im Konstruktivismus sprechen. Dieser lerntheoretische Ansatz geht davon aus, dass Menschen sich ihre eigene Wirklichkeit konstruieren. Realität kann nicht objektiv, sondern nur individuell wahrgenommen werden. Somit gibt es immer verschiedene Sichtweisen auf ein Problem oder eine Situation, abhängig von Kontexten und Erfahrungen der Lernenden selbst. Einflussreiche Denker des Konstruktivismus sind unter anderem Paul Watzlawick und der Schweizer Psychologe Jean Piaget. Anders als beim Kognitivismus, wo das Individuum und seine kognitiven Entscheidungsprozesse im Vordergrund stehen, spricht man im Konstruktivismus von sogenannten situierten Ansätzen des Lernens. Wissen ist demnach immer eingebettet in einen soziokulturellen Kontext und wird von den Lernenden in einem selbstgesteuerten sozialen und emotionalen Prozess aktiv konstruiert. Die Lehrperson ist im Konstruktivismus nicht mehr primär für die Wissensvermittlung und Aufbereitung zuständig, sondern hat eine vorwiegend beratende und unterstützende Funktion. Sie schafft Angebote mit Wissensquellen, der Lernprozess ist jedoch offen und die Lehrperson hält sich im Hintergrund. Lernende erschließen sich ihr Wissen in Eigenaktivität und Selbstorganisation. Ein zentrales Prinzip ist die Forderung nach anwendbarem Wissen, das durch authentisches Lernen hergestellt wird. Eine Lernaufgabe soll daher einen möglichst hohen Anwendungsbezug haben und auf echten Problemen basieren, nicht künstlich konstruiert und isoliert sein. Lernen geschieht also nicht durch die Vermittlung von trägem Stoff, sondern durch die Anknüpfung an bereits bestehendes Wissen und im sozialen Miteinander. Dabei sind Fehler durchaus erwünscht, denn bekanntlich lernt man aus diesen mehr als aus Erfolgen. Konstruktivistische Ansätze des Lernens betonen auch die Interaktion von Lernenden in Form von Kooperation und Kollaboration. Das steigert kommunikative Gruppenprozesse und Eigenverantwortlichkeit. Zur konstruktivistischen Didaktik gehören demnach die Ansätze des problembasierten Lernens, des forschenden Lernens oder des Lernens anhand von Fallstudien. Auch die Methode der Peer Instruction, das Lernen durch Lehren, fällt in den Bereich des Konstruktivismus. Mitte der 2000er Jahre hat sich mit dem Konnektivismus ein weiterer lerntheoretischer Ansatz etabliert. Allerdings ist die Frage, ob es sich um ein eigenständiges Paradigma bzw. eine eigene Lerntheorie handelt, bislang umstritten. Bei der ständig wachsenden Informationsflut durch das Internet und einem häufig schnelleren Wissensverfall durch technologische Entwicklungen braucht es aber einen neuen Ansatz, um den Herausforderungen des Lernens im digitalen Zeitalter zu begegnen. Im Konnektivismus, begründet vom kanadischen Bildungsforscher George Simmons, wird Wissen als ein Netzwerk mit Knoten und Verbindungspunkten verstanden. Es kommt nicht mehr vorwiegend auf Fakten und Handlungswissen an. Das Wissen was und das Wissen wie rücken also in den Hintergrund. Vielmehr steht die Frage nach dem Wissen wo im Zentrum. Wo kann ich mir als Lernende mein Wissen aneignen? Das kann nun eine Person sein, eine Website, meine sozialen Netzwerke oder eine Online Learning Community. Betont werden hier die zunehmende Bedeutung von informellem, vernetztem und elektronisch gestütztem Lernen, das uns ein ganzes Leben lang begleitet. So entstehen oft Communities of Practice, also persönliche Netzwerke, die sich gemeinsam Wissen erschließen und dieses wiederum verteilen. In dieser vernetzten Welt brauchen Lernende aber auch die Metakompetenz, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und Verlässliche von nichtverlässlichen Quellen zu trennen. Gerade im Zeitalter von Fake News ist die Entwicklung dieser Medienkompetenz Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Lernen ist somit ein kollektiver Wissensbildungsprozess, der von Meinungsvielfalt und kritischem Denken geprägt ist. Die Kernkompetenz von Lernenden besteht somit aus der Fähigkeit, Verbindungen zwischen Wissensfeldern herzustellen. Für den Schulalltag bedeutet das zum Beispiel die Arbeit mit Web 2.0-Technologien, Weblogs, Wikis oder sozialen Netzwerken. Jetzt kennen Sie also die dominanten Lerntheorien des 20. Jahrhunderts. Und nun? Natürlich ist theoretisches Wissen über Lernparadigmen kein Erfolgsrezept dafür, dass jemand lernt. Kenntnisse über Lerntheorien sind aber wichtig, um ihre Einflüsse auf Lernformen zu erkennen. Ein plakatives Beispiel. Wenn Sie eine Schularbeit mit der Ausarbeitung eines Fallbeispiels vorbereiten, das Wissen Ihrer Schülerinnen im Vorfeld aber nur mit Multiple-Choice-Fragen testen, wird vielleicht die Lernzielkontrolle erfolgreich sein, nicht jedoch die erbrachte Leistung in der Schularbeit. In diesem Beispiel treffen also kognitivistische und behavioristische Methoden aufeinander. Diesen muss man sich als Lehrperson im Vorfeld bewusst sein. Gleichzeitig sollte betont werden, dass es wie eingangs schon erwähnt keine eine richtige Lerntheorie gibt, genauso wenig wie es die eine richtige Methode gibt. Vielmehr kommt es auf den didaktisch begründeten und sinnvollen Mix an, der sich an den jeweiligen Lernzielen orientiert. Hier können Lernzieltaxonomien hilfreich sein. Diese Ordnungsschemata, beispielsweise die Blumsche Taxonomie oder die überarbeitete Version von Anderson und Krattwohl, können helfen, Ziele und Dimensionen des Lernens explizit zu machen. Die Verbalisierung von Lehr- und Lernzielen bildet mit den jeweiligen Rahmenbedingungen somit den Ausgangspunkt für das didaktische Design. Darunter versteht man Unterrichtsentwürfe, die Fragen zu den Punkten Vermittlung, Aktivierung und Betreuung behandeln. Davon ausgehend lassen sich drei Kernfragen ableiten. Erstens, wie vermittle ich meinen Inhalt? Zweitens, wie kann ich meine Lernenden aktivieren? Und drittens, wie kann ich meine Lernenden betreuen? Beim Lernen und Lernen mit digitalen Medien werden diese drei Fragen natürlich unter Berücksichtigung vorhandener digitaler Medien und Werkzeuge beantwortet. So soll eine ideale Lernumgebung geschaffen werden, die den Chancen und Herausforderungen des Lernens im 21. Jahrhundert gerecht wird. Abschließend lade ich Sie dazu ein, sich Gedanken über Ihre eigenen Lernerfahrungen zu machen. Welche Lerntheorie war in Ihrer Schulzeit vorherrschend? Wie haben Sie unter den vorhandenen Rahmenbedingungen gelernt? Und noch viel wichtiger, wie möchten Sie, dass Ihre Schülerinnen und Schüler eines Tages lernen? Das war es mit der Yufteilung. Und ich bin sehr, wie Sie sich in den Vorhandeln von Menschen, die sich glaubt, wie ich in den Vorhandeln kann von Ihnen nicht vermitteln.